War doch sehr bescheiden. Vor allem die ganz in Blau spielenden Mannheimer taten sich gegen die auswärts starken Hannoveraner schwer. Die beste Aktion durch Uwe Weidemann zwei Minuten vor der Pause. Das war's dann schon. Torchancen bei Hannover 96. Fehlanzeige. Die zweite Halbzeit zur Freude der 7500 Zuschauer auf deutlich höherem Niveau. Wo vor allem Petrenko für Freilandspiel gekommen, brachte den ersehnten Schwung ins Mannheimer Angriffsspiel. Wieder Petrenko, Kirsten und Weidemann mit der Riesenchance zur Führung. Hannover 96 passte sich erfreulicherweise dem besseren Niveau an. Konter über Bicicci. Mutterseelen alleine vor Laukahnen. Und Schrecksekunde auf dem Waldhof. Der Ball nur ans Außennetz. Die 73. Minute Freistoß Mannheim. Rönne Hecker, das 1 zu 0 nach langer Verletzungspause zum ersten Mal wieder dabei. Rönne Hecker mit dem für Mannheim so wichtigen Führungstreffer. Nochmal der Freistoß von Hoffmann und Hecker's fünftes Saisontor. 1 zu 0. Kirsten, 16 Tore will in dieser Saison schießen. 9 hat er schon. Das hätte das 10. sein müssen. Die Partie bis zum Ende spannend. 88 Minuten gespielt. Daschner, Laukahnen und der Pfosten. Es blieb beim Knappen, aber verdienten 1 zu 0 für Mannheim. 1 zu 0 für Mannheim.